Das Sehen unmittelbar nach der Operation bei der ersten Tageskontrolle muss noch nicht perfekt sein. Es passiert auch in einigen Fällen, dass das Sehen am Tag 1 verschwommen ist. Das ist jedoch nicht das Endergebnis. Das Sehen wird natürlich noch durch die geschwollene Hornhaut beeinflusst, durch den anders zusammengesetzten Tränenfilm. Und man erwartet das Endergebnis erst nach Wochen bzw. bis nach Monaten kann sich noch die Dioptrienwerte verändern. Und erst dann beurteilen wir das endgültige Ergebnis.